Die neue Staffel von »Bauer sucht Frau« ist am Montag gestartet. In dieser Staffel ist auch eine Kandidatin aus dem Main-Kinzig-Kreis dabei. Pferdewirtin Carolin hofft in der Sendung auf ihr Liebesglück. Langensellbold, die nunmehr 19. Staffel der RTL-Sendung »Bauer sucht Frau«, ist am Montag, 20. November offiziell gestartet. Unter den zahlreichen Kandidaten ist auch die Pferdewirtin Carolin aus Langensellbold, Main-Kinzig-Kreis, dabei. Die 26-Jährige hofft in der Sendung ihr großes Liebesglück zu finden. Am meisten fehlt mir die Zweisamkeit und eine Schulter, an der ich mich auch mal anlehnen kann, sagte die Landwirtin zum Start der neuen Staffel. »Bauer sucht Frau«, RTL, »warum Carolins Kandidat nicht auf dem Pferdehof schläft«. Zahlreiche Männer hatten sich für Carolin beworben. So besuchte Moderatorin Inka Bause die Pferdewirtin in Folge 1 auf ihrem Hof. Und überreichte der 26-Jährigen die Briefe ihrer Bewerber. »Du hast ja jede Menge Post bekommen«, freute sich Bause gemeinsam mit Carolin. Im Hofcafé öffnen die beiden Frauen die ersten Briefe gemeinsam. »Ich bin gespannt, ob schon der Richtige dabei ist«, sagte die Landwirtin. Auf dem großen Scheunenfest kam es dann für Carolin zur ersten Begegnung mit den Bewerbern. Hier beginnen die großen Liebesgeschichten. Begrüßte Inka Bause die Kandidaten. Nach und nach bekamen die Landwirtinnen und Landwirte ihre Bewerber vorgestellt. Als letzte in der Runde war Carolin an der Reihe. »Das Beste kommt zum Schluss«, scherzte die Moderatorin. Als erste Bäuerin in der Sendung hatte sich Carolin gleich vier Männer ausgesucht. Unter ihren Kandidaten befanden sich Lukas, Marcel, Martin und Stefan. Vier völlig unterschiedliche Menschen. »Ich finde das so spannend«, betonte Bause. In vier Augengesprächen erfuhr schließlich Carolin mehr über ihre Kandidaten. Dabei hatten die Männer Gelegenheit bekommen, sich von ihrer beste Seite zu zeigen. Die Wahl, wen Carolin mit auf die Hofwoche nimmt, fiel ihr nicht einfach. Schließlich entschied sich die 26-Jährige für Lukas. In Folge 2 Uhr nachts, Dienstagabend, 21. November, durfte der Kandidat Lukas, 26, zur »Hofwoche« mit auf Carolins »Pferdehof«. Die 26-Jährige holte Lukas mit einem Oldtimer-Chevrolet vom langen Selbolder Bahnhof ab. Auf dem Hof angekommen erwartete den ebenfalls 26-jährigen Kandidaten eine besondere Überraschung. Lukas darf nicht auf dem Pferdehof schlafen. Die Pferdewirtin gestand Lukas, dass aufgrund eines größeren Wasserschadens auf dem Hof das Gästezimmer zurzeit nicht benutzbar sei. Kurzum wurde für Lukas Abhilfe geschaffen. Für den 26-jährigen Bahn-Disponent aus Hessen stand bereits ein Wohnmobil bereit. »Ist ja der Knaller!« »Campen auf dem Reiterhof«, freute sich Lukas. »Das steht einem Gästezimmer nichts nach.« Zum Beginn der Hofwoche hatte die Pferdewirtin für Lukas eine ganz besondere Begegnung geplant. »Ich dachte, ich bringe ihn für den ersten Tag zu den Kälbchen.« »Kälbchen sind zuckersüß«, betonte Carolin. Zusammen mit Carolin fütterte der 26-Jährige die Jungtiere. Weniger niedlich, aber genauso aufregend war auch die nächste Begegnung für Lukas. Er traf zum ersten Mal auf Carolins Vater. »Mit ist zuckers«, betonte Display. »Mit ist zuckers jeux«, betonte das denn?« »Mit ist zuckersüß«, betonte ich mich selbstverständlich. »Mit ist zuckers«, betonte vielleicht nicht zu spät,